So, das war das letzte Slide vom vorherigen Video. Wir haben gesagt, man kann mit dem Apes-Test Mutagene identifizieren. Entsprechend wird sich das jetzige Video komplett mit Mutagenen auseinandersetzen. Klar, die Abbildung mit der Überschrift und dem Bild ist natürlich ein bisschen provokant gewählt. Bitte hier auch Verständnis dafür. Ich möchte auf keinen Fall irgendeines der abgebildeten Lebensmittel als schlecht oder kritisch oder verantwortlich für Krebs darstellen. Mir ist nur wichtig, dass man genau aufpasst, was es mit Mutagenitäten wirklich genau auf sich hat. Kein geringerer als Ames selbst hatte nämlich mal gezeigt, was für Mutagene er in ganz normalen Nahrungsmitteln findet. Er spricht da selbst, das sieht man oben noch in der Tabellenüberschrift von natürlichen Pestiziden, die in Pflanzen, in Gemüsen und so weiter vorkommen können. Natürlich muss man dazu sagen, das heißt jetzt erstmal nur, dass da Mutationen entstehen im Ames-Test, wenn man die einzelnen Bestandteile sich genau anguckt. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber Sie sehen, dass da unter anderem Orangensaft, Basilikum, Mango, schwarzer Pfeffer wirklich eine ganze Menge an Lebensmitteln vorkommt, die wir ja tagtäglich essen und wofür wir jetzt nicht davon ausgehen, dass man die für Krebs verantwortlich macht. Ganz im Gegenteil. Ich wollte das nur nochmal einfach zeigen, dass Mutagenität erstmal nichts Böses ist oder nichts Böses sein muss. Wenn wir uns angucken, was die Mutagene eigentlich machen, also ich gehe davon aus, ich habe eine Zelle, die sich teilt und habe einen gesunden DNA-Strang und habe am Ende der Teilung zwei gesunde DNA-Stränge. Die Mutagene, wenn ich also jetzt den in der Teilung befindlichen Strang exponiere, zum Beispiel durch Strahlung oder so, dann führt dies dazu, dass es unmittelbar erstmal Schädigungen der DNA durch die Mutagene gibt. Ich würde auf die genauen Abläufe jetzt nicht eingehen. Was wir aber im Körper haben, und das ist extrem wichtig, sind Reparaturmechanismen. Also die DNA wird, auch wenn sie geschädigt ist, permanent überprüft und repariert von speziellen Eiweißstoffen. Sprich, für jede Schädigung der DNA haben wir wirklich ein Orchester an Reparatur-Eiweißstoffen, und die sich darum kümmern, dass die DNA wieder gekittet wird. Zusätzlich kraftvoll haben wir auch noch kleine Eiweißstoffe, die während des Zellzyklus wirklich kontrollieren, ob da alles gefixt ist, ob die Reparaturmechanismen greifen und ob gesunde DNA vervielfältigt wird. Sogenannte Gatekeeper-Proteine. Das bekannteste ist vielleicht das TP53, dessen Aufgabe wirklich ist, zu kontrollieren, dass die Zelle keine fehlerhafte genetische Information weitergibt, die mit einer manifesten Mutation einhergehen könnten. Hier sei schon mal darauf hingewiesen, wenn wir später zum Thema erbliche Krebsformen oder erbliche Mutationsformen kommen, dass das natürlich auch alles Eiweiße sind, die von der Mutation betroffen werden können. Das ist dann nicht so wie bei den aktivierenden Kinasen in einem der ersten Videos, das zu einer Überaktivierung der Zelle führt, aber es ebnet halt den Weg für künftige kumulative Zell- oder DNA-Schädigungen. Wenn wir nochmal Mutagene und Karzinogene als Begrifflichkeiten nebeneinander stellen, so muss man sagen, dass im AIMS-Test schon die große, große Mehrheit der Karzinogene sich als Mutagene erweisen. Andersrum, ich hoffe, das habe ich gezeigt, wobei wir jetzt nicht über die Konzentrationen gesprochen haben, die natürlich auch noch eine Rolle spielen, aber andersrum kann man nicht sagen, dass alle Mutagene zwingend Karzinogene sind. Weiter, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.